Vorträge und Workshops zur Förderung von Sprachkenntnissen Hallo Konrad! Ich freue mich auf unser zweites virtuelles Interview zum Thema Digitale Materialen für den Deutschunterricht erstellen. Heute geht es um deine Vorgeschichte. Hallo Nadine! Dein Vorname passt zufällig auch zum Projekt. Er ist eine französische Ableitung des russischen Vornamens Nade Starr. Das bedeutet Hoffnung und hat die Kurzform Nadia. Viele Menschen, die heutzutage Deutsch lernen hoffen, dass sie in Deutschland arbeiten können. Ja, Hoffnung auf etwas Neues, das passt zu mir und meinem zweiten Vornamen, welcher auch der meiner Großmutter Nadine aus Russland war. Unser heutiges Gespräch gilt Materialien, welche im Rahmen von Workshops und Projekten zum Inhalts- und sprachintegrierten Lernen erstellt werden sollen. Content and Language Integrated Learning in German, CLILICH, das ist ein Workshop nur für Lehrer und Schüler, wenn deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Deutsch ist die ausschließliche Unterrichtssprache im Workshop, bei dem es um den effizienten Einsatz digitaler Werkzeuge geht. Das Ziel ist, digitale frei zugängliche Materialien für den Deutschunterricht zu erstellen. Das geschieht in einem Projekt für Lehrer im In- und Ausland, welche Deutsch als Fremdsprache unterrichten. Hast du schon Erfahrung mit derartigen Projekten? Vor einigen Jahren war ich zufällig Mentor in Sachen dafür den chinesischen Studenten Yuan Xu. Im Projekt mit ihm wurden die WordPress-Website und die Moodle-Plattform .com erstellt. Die Zusammenarbeit mit Yuan war inspirierend, weil sie viele interkulturelle Aspekte hatte. Ich lernte die chinesischen Methoden und die Vorstellungen vom Lernen aus erster Hand kennen. Du erwähntest Yuan im ersten Interview. Sollen ähnliche Materialien produziert werden? Was produziert wird, liegt im Ermessen der mitmachenden Teilnehmer. Yuan konnte entscheiden, was er machen wollte. Du siehst an den Themen der Lektionen auf der WordPress-Website, dass es um die Freizeitgestaltung, seine DSH-Prüfung und Videokonferenzen ging. Also alles Themen, die junge Ausländer interessieren, wenn sie in Deutschland studieren wollen und nebenbei per Videokonferenz mit der Heimat in Verbindung bleiben möchten. Wenn er nicht selbst die Ideen gehabt und umgesetzt hätte, dann wäre ich nicht bereit gewesen, sein Mentor zu sein. Ich suche Mentees, die kreative Macher und Gestalter sind und keine Mitläufer, die nur auf meine Anweisungen und Vorschläge warten. Wo sollen die in den Projekten bereitgestellten Materialien veröffentlicht werden? Zum Beispiel auf Moodle und WordPress-Websites. Solche Websites dienen zur Demonstration und Bereitstellung. Die Portfolios sollen aber auch ohne Website-Nutz und anpassbar sein, zum Beispiel in Form von Excel-Arbeitsmappen, wie es sie jetzt zu unserem ersten Interview gibt. Wie willst du mit potenziellen Mentees in Kontakt treten und feststellen, mit wem du dir Projekte vorstellen kannst? In der Wikipedia ist ein Format beschrieben, welches eine ähnliche Grundidee hat, Dragons, den Der Unterschied zur Drachenhülle ist, dass ich kein oder nur wenig Risikokapital beisteuern will, sondern das geistige Kapital, um die Mentees zu fördern. Als Gegenleistung fordere ich wie bei Yuan, dass das Material frei zugänglich ist und von mir als Referenz eingesetzt werden kann. Jeder der mitmachen möchte, kann mir seine Motivation beschreiben. Am besten erreicht mich die Darstellung auf einer Postkarte als Ergänzung zur E-Mail an workshop-at-conrad-rennati.de Mein Spam-Filter fängt täglich hunderte von E-Mails aus dem Ausland ab. Manchmal ist auch Seriöses darunter. Wenn eine Postkarte ankommt und damit auf eine abgesendete E-Mail Bezug genommen wird, schaue ich im Spam-Archiv der letzten Wochen nach. Wenn du den E-Mail-Kontakt hast, wie geht es weiter? Ich nenne dem Absender mögliche Termine, an denen ich in meinem Kasseler Büro die schnelle Internetverbindung nutzen kann und er oder sie soll mich dann per Link zu einer gemeinsamen Zoom- oder BigBlueButton-Videokonferenz einladen. Beide Apps sind kostenlos und wenn das funktioniert, weiß ich, dass die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Wie ist es mit den persönlichen Voraussetzungen? Heißt das, die Frage der hinreichenden deutschen Sprachkenntnisse und der kreativen Ideen für ein gemeinsames Projekt besprecht ihr dann in der Videokonferenz? Genauso machen wir das. Gesucht sind Mentees, die digital auf dem neuesten Stand sind und zur Umsetzung ihrer kreativen Ideen einen Mentor suchen, der erfahrener deutscher Muttersprachler ist. Die soeben von dir beschriebene Konstellation benötigt nur E-Mail- und Videokonferenz-Software. Warum setzt du zusätzlich noch auf die Moodle-Plattform? Wir brauchen ein virtuelles Institutsgebäude zur Verknüpfung von allen Beteiligten. Da möchte ich eine Vorgeschichte als verständliche Analogie beschreiben. Der Betreuer bzw. Mentor meiner Diplomarbeit war Prof. Ulrich Schmucker. Es war nie ein Problem, ihn im alten Geophysikalischen Institut in Göttingen anzusprechen und um einen Termin zu bitten. Wie man auf der Website mit seinem Nachruf lesen kann, war er sehr beliebt und seine Studenten waren später sehr erfolgreich. Zur Besprechung kam er in die Räume, in denen wir unseren Schreibtisch hatten. Mein Schreibtisch stand zwischen alten Büchern als Hinterlassenschaft von Karl Friedrich Gauss und anderen Koryphäen der Geophysik. Schmucker schätzte es, wenn wir Tee zum Meeting kochten und Kandiszucker bereit stand. Dann fragte er nach dem Fortgang unserer Arbeit und machte Anmerkungen, wenn etwas unverständlich war. Jeder Diplomant und Doktorand hatte seinen Platz im Institut und Schmucker war ein idealer Förderer. So etwas ähnliches möchte ich mit Moodle virtuell im Internet bereitstellen. Jeder Workshop-Teilnehmer erhält seinen virtuellen Projektraum, in den er mich oder andere zum Gedankenaustausch einladen kann. Es gibt auch einen gemeinsamen Raum. In meiner Göttinger Studentenzeit war das der Hörsaal, in dem das wöchentliche geophysikalische Seminar stattfand. Nach Möglichkeit sollten alle teilnehmen. Jeder hatte dort regelmäßig vor ca. 25 Anwesenden über den Fortgang seiner Projekte zu berichten. Schließe ich damit richtig, dass deine Mentees sich ihre Projekte gegenseitig vorstellen sollen? Genau das ist mein Wunsch. Als Physiker weiß ich, dass bei Überschreitung von kritischen Massen von reaktionsfähigen Materialien Kettenreaktionen einsetzen. Im übertragenen Sinn möchte ich durch das Zusammenbringen von kreativen Menschen aus unterschiedlichen Orten geistige Kettenreaktionen auslösen. Im Göttinger Institut habe ich beobachtet, dass durch ungeplante Gesprächskontakte oft ganz neue Impulse und Lösungen entstanden. Deshalb gestalteten sich unsere damaligen Studienarbeiten häufig auch viel komplexer als geplant. Wir hatten kein Zeitlimit und keinen Druck, wie ihn die heutigen Studenten haben. Dann bist du ja auch Moderator, der versucht, die richtigen Personen in den richtigen Räumen zusammenzubringen. Das stimmt. Wenn sich die Richtigen gefunden haben und sich gegenseitig inspirieren und ergänzen, habe ich meine Mentorentätigkeit richtig gemacht. Optimalerweise entwickeln sich in solch einem Milieu auch Menschen, die als Mentor tätig werden können. In meinem Göttinger Institut gab es weitere Professoren und aus den von Schmucker betreuten Studenten wurden einige später selbst Institutsleiter an anderen Universitäten. Ich bin kein Professor geworden, nur Unternehmer und E-Learning-Trainer. Das habe ich nie bedauert. Wichtig war, dass ich bei Schmucker alles lernte, was man zum selbstständigen Arbeiten braucht. Der Computereinsatz war eingeschlossen, wie man es anhand der Diplomarbeit sehen kann. Das Layout der damaligen Arbeiten ist aus heutiger Sicht sehr rustikal. Es gab weder Word noch Excel und die Drucker hatten nur eine Schrift in einer Größe. Jetzt kenne ich deine Vorgeschichte und deine Inspiration durch das eigene Studium. Ich fasse zusammen. Als Mentor bist du nebenbei auch Deutschlehrer, aber primär bist du Spezialist in deinem Beruf. Du bist offen für Ideen und Konzepte bei den Projekten deiner Mentees. Sie müssen nicht nur gute Deutschkenntnisse haben, sondern auch den Willen und die Kompetenz, unter deiner Anleitung selbstständig zu arbeiten. Eine perfekte Zusammenfassung meines Angebotes und meiner Absichten. Dann ist das ein guter Abschluss für dieses Interview. Dem Publikum empfehlen wir die Fortsetzung unserer Gespräche. Die Vorgeschichte war die Einleitung. Der Hauptteil kommt demnächst auf diesem Kanal. Tschüss! Der Hauptteil kommt demnächst auf demnächst auf demnächst auf demnächst auf demnächst. Jetzt bittet undsonstärkt schaue den Berundes auf demnächst auf demnächst auf der Entschutzung, dass der Modell sagt sicher das Bermäte Tradition ist. Jetzt fokt die Anleitung noch später auch um ziel. Jetzt schaue die Anleitung, so prac k konnten zumnächst auf der Entschutzung, mysterieseddig PV Wir, dass der lone Sch suspects, glrades Japon Sierra Mente durch die Wirkung algunas